Und nun, eine besondere Version von Dortmunder Kupfer-Tipp, belacht von mir. Toilette. Im Garten. Das ist mein Lieblingssitz. Bokori. Der packt das Versteck aus und setzt sich auf seinen Zitronen, lacht aus dem Begis, rennen über die Straße und werden von einem Bus überfahren. Die Spritzen in die Richtung und zwei tote Kaninchen werden vom Begis getroffen und alle beteiligten lachen. Pinsel. Buchstabiert. In the house, in the house, in the house, daily, daily.